So heute geht es mal mit Chatterbaits ans Wasser, der ich jetzt neu und die werden heute mal getestet. Mal gucken ob es was taugt. Ich habe zwei Würfe mit Chatterbaits gemacht und zwei ein bissel gehabt. Was? Das tut mir nicht reichen. Der Gummifisch ja fast. Alter, der dritte Wurf mit dem Chatterbait. Der dritte Wurf. Alter ist das ein Schiff. Der hat neusig. Und der hat den vorher weggenagelt. Die blöde Sau. Alter. Alter. Boah, mir zitter liegt ne. Und ich hab nen Pitz drauf. Alter. Ist das krank. Vierter Wurf. Vierter Biff. Ey, ich hab grad keinen Laut. Puls 2000. Boah. 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 So, hat's doch noch auf den Chatterbait geklappt. Nach unzähligen Fehlattacken, was man vielleicht sehen konnte, erst mal ein bisschen. Ich muss sie messen, knapp über 80, ungefähr 83, 84, geil. Im flachsten Wasser und sie hat gekämpft. Nicht einmal gesprungen, aber zehnmal ins Schilf geflüchtet. Angeln ist so anstrengend. Das war's. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Und der frisst hier die Brasse. Und dann nimmt er trotzdem den Köder.